Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video, diesmal Skywars und ich wünsche euch viel Spaß. Bui! Pfff! Noch eine änderbärliche Reihe! Pfff! Bitte Kommand, bitte Kommand, bitte Kommand, bitte Kommand, bitte Kommand, bitte Kommand, bitte Kommand! Ja, nein, ist er drauf! Pfff! Pff! 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 cack, Zz! Und eine Enderpeer verschwendet Oh, bei mir läuft Ich bin Gut, auch heute Ja, komm, ich sterbe, ich sterbe Schade Good game Nice, noch eine Enderpeerle Oh, ich glaube, momentan echt Lack mit den Kisten, muss ich sagen Nice Hast du volle Eisendüstung Kann man ja mal machen, ne Ach, komm, da kommt schon wieder Einmal was Hi Oh, GG Gut gelaufen Oh, hi Jetzt habe ich gerade Eine Enderpeerle verschwendet Aber Das lässt sich noch verkraften, denke ich Oh, Gott, jetzt kommt da vorne so einer Was soll ich denn da machen? Toll Ganz toll Ich bin zwar ein Depp Ja, nice Und dann auch Ja, gut Hätte ja auch drauf verzichten können Sagen wir es so Fuck Das ist jetzt schon wieder ein Dead Off Und chill Der FK Ja, nee, doch nicht Das war jetzt natürlich Ganz krasser Ganz krasser Okay, da habe ich Mega viel Skill für gebraucht Aber Ich lebe es natürlich trotzdem gerne Bitte Hinter mir ist der Nächste Wenn die sehen Ne Ach, das ist ja noch Meine Insel Ja, hallo Ist hier irgendwo einer? Eigentlich nicht Hä, der sitzt so umgeguckt Kann man, ich verstehe den Typen nicht So, nice Bis jetzt bin ich Vernünftige Cripte So, eben Mit Stein herbauen Was ich keine Spitzwacke habe Ich würde noch glaube ich eine Craft, aber Ist jetzt egal Und rein da Und rein da Wer jetzt vor Die Leute sind zwei Okay Ja, schlecht gelaufen Nein, hier ist auch einer Ist ja nicht, dass ich da bin Hilfe Hilfe So, so schlecht Von mir schon wieder So, danke Der ist da Und bleibt noch der da vorne Wo ist man den Wasser Eins drauf Ne, der kann sich Sollte sich nicht mehr retten können Komm her Ja, er hat mich getroffen Tschüssi Tschüssi Alle, jetzt ist es geil Ich denke, der Typen immer noch Was? Hä, was macht der da unten? Ich habe den Bug schon mal irgendwo gesehen Ich frage ihn mal, ob er einfach lieben kann Oder Hä, le Packt der jetzt fest Oder packt er nicht fest? Komm Vielleicht Vielleicht kommt es ja noch rechtzeitig an Ich komme mal zu ihm, Gunter Fuck, wo ist der? Ach, Alter Jetzt ist er nicht weg? Ja, ist er Gut GG Ich dachte, ich dachte, er würde backen So Leute, das war's dann auch schon wieder Ich hoffe, zumindest die letzte Runde hat euch gefallen Es war jetzt auch nicht ganz so einfach für mich die Aufnahme hinzukriegen Ich habe davor schon zweimal eine halbe Stunde aufgenommen Aber Das Audio hat nicht funktioniert Und Ja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat Falls das der Fall ist, dann Lasst einfach mal ein Abo Und ein Like Und ein Like, Daumen Und ein Kommentar Ihr wisst, wie es hier funktioniert Und dann würde ich jetzt sagen Ciao Leute, bis zum nächsten Mal Tschüss Ouch Huh